Meghan Markle steht in Hollywood vor unbekannten Herausforderungen in Bezug auf ihre zukünftigen Karriereaussichten. Dies wird das anspruchsvollste Jahr für sie sein, da sie herausfindet, wo sie in der Unterhaltungswelt steht. Obwohl die Herzogin von Sussex im April einen Vertrag mit der Talentagentur WME unterzeichnete, bei der der Agent Ari Emanuel sie unterstützt, finden viele Kommentatoren es seltsam, dass in fast einem halben Jahr nichts daraus geworden ist. Nachdem Spotify ihren Vertrag gekündigt hatte, kündigte Megans Team eine Monetarisierungsstrategie auf ihren Social-Media-Plattformen an. Die erste Maßnahme war die erneute Registrierung des Markenzeichens des Blogs Dittich, aber auch das scheiterte. Dann eröffnete sie ein geheimes Instagram-Konto im Rahmen ihres Plans, Artikel auf der Plattform zu verkaufen. Sie hat Kleidung von verschiedenen Marken getragen und Affiliate-Links eingefügt, aber das ist nur ein Test. Nachdem sie so viele negative Reaktionen erhalten hatte, sehen wir keine Marketing-Aktionen mehr von ihr. Es scheint, dass die Karriere von Megane auf der Z-Liste im Vergleich zu Alles der Stars zu instabil ist. Fast vier Jahre nach Megane kann sie immer noch nicht in Hollywood Fuß fassen. Inzwischen hat Megane's Konkurrentin Paris Hilton kürzlich Erfolg gehabt, indem sie einen speziellen Live-Shopping-Vertrag mit der Social-Media-Plattform X abgeschlossen hat, um ihr Glück wiederzubeleben. Die Daily Mail berichtete, dass X, ehemals als Twitter bekannt, eine einzigartige Umsatzbeteiligungsvereinbarung mit der Medien-Mogulin und Society Lady Paris Hilton geschlossen hat. Diese wegweisende Vereinbarung dreht sich um Live-Shopping und die Erstellung exklusiver Inhalte, einschließlich der Einführung eines maßgeschneiderten Hashtags, der von einem von Hiltons ikonischen Sätzen inspiriert ist. Die Vereinbarung wurde zwischen X und Paris Hiltons Medienunternehmen 1111 getroffen, und beide Parteien haben die zweijährige finanzielle Vereinbarung als gegenseitig vorteilhaft beschrieben. Diese strategische Partnerschaft signalisiert einen Versuch, die Furchtions der Plattform unter der Leitung von Linda Jirino, die im Juni die Position des Chief Executive übernommen hat, wiederzubeleben. Paris Hiltons Erfolg hat Meghan sicherlich eifersüchtig und wütend gemacht, als ein Insider enthüllte, dass Meghan ihren Ärger über den WMASIO ausließ, als er den Deal an Hilton abgeben ließ. Früher in einem Podcast über Archetypen gab Meghan Makele zu, dass sie Paris Hilton vor ihrem Interview beurteilt hatte, weil das Hotel Ais hübsch aufgewachsen sei. Sie sagte, ich beneidete Paris Hilton, weil ich klug aufgewachsen bin, nicht hübsch. Nun zurück zu Hiltons jüngstem Deal. Das Unternehmen sagte, die amerikanische Society Lady werde mit X zusammenarbeiten, um vier originale Videoprogramme pro Jahr zu erstellen, einschließlich für ihren nächsten Live-Shopping-Bereich. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, schrieb Linda, die Königin der Popkultur, der Musikindustrie und des Fernsehens ist bei X Paris Hilton auf Platz erstes Willkommen in der X-Familie. Wir freuen uns, eine offizielle Partnerschaft mit Ihnen und Ihrem Medienunternehmen der nächsten Generation einzugehen. Gemeinsam werden wir eine Plattform für neue Initiativen in den Bereichen Video und Live-Video, Live-Commerce und vieles mehr schaffen. Lass es uns tun! Die gewünschten Partnerschaften sind Teil ihrer Strategie, um das Publikum zu steigern, mehr Werbung zu verkaufen und Sponsoring und Markendeals zwischen Werbetreibenden und Kreativen zu erleichtern. Die Einnahmen sind im letzten Monat in den USA um 60 Prozent gesunken, sagte Musk, ohne jedoch einen Zeitrahmen anzugeben. Ries, die Erbin des Hilton-Familienvermögens, wird auf ein geschätztes Nettovermögen von 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Sie hat auf verschiedene Weisen ihr eigenes Geld verdient, seit sie 2003 mit The Simple Life weltweit bekannt wurde.